Hey, this is it now, this is the day you've been waiting for 3, 4, last, next is another night, der Podcast für die Leute von unterwegs Take me away, hey, I'm in love with you, we're so good Oh, moan. Hallo. Ach, du isst auch was? Ja. Ich auch. Hm. Was isst du denn? Kekse. Ich habe mir eine schöne Tüte Knick-Knacks geholt. War auch schön. Hm. Aber es ist so salzig, ich muss dazu, glaube ich, einen halben Liter Brause trinken. Dabei ist hier jetzt Spargelzeit. Hm. Lecker. Aber Spargel habe ich nicht hingekriegt, so auch die Schnelle. Ja, willkommen zu Last Exit Andernach von Nummer 29. Ja, 29 Sendungen in Folge. Sehr gut. Wir haben viele Themen auf dem Zettel dieses Mal. Das ist richtig. Unter anderem war ja viel los. Wieder mal. Kommen wir später zu. Aber heute ist das große Thema Spargel. Spargel haben wir heute auch auf der Uhr. Ja. Und wir aus der Politik halten uns raus. Ja. Oder? Natürlich. Ich bin unpolitisch. Ich auch. Ich habe keine Lust mehr. Ich bin so ein ehrlicher, einfacher Typ und unpolitisch. Wir reden heute auch über... Ja, ja, ja. Ja, du auch, oder? Ja, meistens. Wenn es um Fußball geht, bin ich... Ja, dann bist du natürlich politisch. Dann bin ich auch politisch. Mhm. Nee, ähm, wir... Schöne, volle Sendung haben wir. Ähm, das Wetter ist prima. Wir zeichnen ja jetzt einen Tag vorher auf, aber heute ist ja erst Dienstag. Bist du eigentlich so ein Spargeltyp? Also ich weiß, dass... Früher, ja. Früher. Nein, weil... Bitte? Wie früher. Ja, früher, da war ich... Da sag ich zuerst, wir sind Spargel. Spargel... Sag mal noch Spargel-Tarzan, sagt man ja. Ja, sagt man noch. Ehrlich? Nein. Doch, hatten wir doch heute... Du musst mal... Bitte begleite mal intensiver unsere Social-Media-Aktivitäten auf Instagram. Da kam nämlich heute sogar ein Spargel-Tarzan vor. Ja, von dir. Kannst du dir noch mal angucken? Ja, dass du das sagst, das glaube ich schon, aber... Wir haben jetzt andere Leute, die sagen das nicht mehr. Hast du das gepostet, oder wie? Wir haben es gepostet, genau. Aber es gibt auch den Begriff für dünne Leute, dass man sagt, Spargel-Tarzan oder Bohnenstange. Stimmt, wir haben so ein Mädchen in der Klasse gehabt, die wurde Bohnenstange genannt. Ich habe mal in der sechsten Klasse eine Mitschülerin Mettwurst genannt, und da musste ich zum Lehrer danach. Das war scheiße. Ja, zu Recht. Das fand ich auch... Da hat mich auch entschuldigt. Und warum hast du sie so genannt? Weiß ich nicht. Ich weiß nicht mehr. Das war phonetisch. Ne, auch nicht. Ich weiß gar nicht. Oder hat es einfach Hunger? Oh, fast. Okay, lassen wir das Thema. Okay, ähm, nee, ähm, interessant, was man heute... Also, dass das noch innen ist, ist ja ein Ding. Also, Spargel-Tarzan. Ja. Also, ich weiß nicht jedenfalls total... Ich habe mir einfach mal jetzt so Gedanken gemacht über das Thema Spargel in Deutschland, weil ich stelle ja mal fest, dass das wirklich für die Deutschen so eine Art fünfte Jahreszeit ist. Also, es ist mittlerweile... Ich weiß nicht, wie es gekommen ist. Also, es gibt ja Spargel überall. Das ist ja sozusagen nichts, was jetzt auf Deutschland begrenzt wäre. Also, den Asparagus, wie der Spargel so schön heißt, den gibt es ja in gesamten Eurasien und Afrika. Und zwar, die größte Arten fülle ich halt übrigens in der Südspitze Afrikas. Hättest du das gedacht? Ne, überhaupt nicht. Ich weiß aber, dass der Spargel früher... Dass die Römer auch schon... Oder dass da auch schon frühzeitig mit experimentiert wurde, mit den hervorragenden Eigenschaften von Spargel. Und dass die Römer es geschafft haben, diese Bitterkeit aus dem Spargel rauszuzüchten, sozusagen. Ach, die Römer waren das? Also, die haben zumindest den Spargel so genießbar gemacht, so als Lebensmittel. Früher war der medizinisch irgendwie so sozusagen im Gebrauch. Ach so. Ja, so war das nämlich. Ach so, ist der irgendwie... Kann das sein, dass der irgendwie harenabführend ist oder so? Äh, nee, nee. Doch, der ist entwässernd auf jeden Fall. Und wenn es so... Du kennst das ja, wenn man nach schöner Gastwirtschaft, schön in die Herrentoilette und dann riecht es ja dann immer nach diesem... Nach diesem Enzym... Also, man riecht ja sozusagen, ob man Spargel gegessen hat oder nicht. Oder kennst du das Problem? Weiß ich nicht. Also, ich kenne das Problem, wenn man einen niedersächsischen Landgasthof betritt und da die Lokalitäten betritt, die du gerade angesprochen hast, da hat man danach graue Haare. Aber das liegt nicht nur am Spargelgeruch. Ja, aber es gibt... Im Spargel ist es auf jeden Fall diese... Das ist so eine Art... Der hat einen Stoff in sich, der kann nicht abgebaut werden, weil man ein bestimmtes Enzym nicht hat und dann riecht der Urin halt irgendwie ganz streng. Das kennst du vielleicht irgendwie, oder? Und das haben ganz viele. Das ist aber nicht schlimm. Also, das ist nicht schlimm. Das macht nichts. Ich kenne es nicht von mir, ich kenne es von dir. In China gibt es... Nein. In China gibt es übrigens 31 Arten Spargel. Fand ich interessant. Doppelt so viele wie bei uns. Und der bekannteste Spargel ist der Schrobenhausener Spargel der Handelsklasse 1. Schrobenhausener, kannst du mal merken. Und kostet ungefähr 7 bis 12 Euro das Kilo. Und dann gibt es ja noch den Billig-Importspargel. Den kennst du sicher auch beim Discounter. Der kostet so 2 Euro. Oder ab 2 Euro gibt es den bei Riedl und Aldi. Das kann dann nicht gut sein. Ja, ja. Und es gibt eben dieses Zeug, was man immer, also zu uns zumindest hier, wahrscheinlich bei euch auch, aus so Kombis am Straßenrand kaufen kann. Wo dann irgendwelche Leute mit so Holzkisten das aufbauen. Und da kannst du teilweise richtig teuer... Das wird teilweise noch teurer. Ich habe auch schon andere Sachen. Ich habe schon mehr als 12 Euro erlebt. Also, ich habe so ein bisschen den Verdacht, dass sie das Zeug beim Lidl dann morgens eingekauft haben. Aber ich weiß es nicht genau. Ich hoffe, dass es wirklich dann auch frisch ist. Und, also es gibt mittlerweile so in jeder deutschen Kleinstadt irgendwie Spargelfest. Es gibt Spargelkönigin. Und in jedem Supermarkt mittlerweile gibt es Spargelweine. Was übrigens totaler Schwachsinn ist. Weißwein ist das so, oder? Ne, genau. Das ist Weißwein. Und die Weine werden einfach umgelabelt zur Saison, zur Spargelsaison. Und dann nachher ist es wieder irgendein ganz normaler Spargel. Und, achso, was ich auch erstaunlich fand. Produktionssieger beim deutschen Spargel ist Niedersachsen. Also das Land, in dem du lebst. Ich wohne in Bremen eigentlich. In Bremen, achso, Entschuldigung. Wo am meisten Spargel hergestellt wird. Und ich hätte immer gedacht, Mecklenburg-Vorpommern wäre so ein riesen Spargelland, weil das hier auch so ein Riesenthema ist. Aber ist gar nicht. Ist also weit abgeschlagen. Und Nordrhein-Westfalen ist komischerweise auch ziemlich weit vorne. Ich weiß nicht, ob das da in unterirdischen Fabriken hergestellt wird. Aber mittlerweile wird das ja wohl auch hergestellt mit so Heizungen und so, um das zu beschleunigen. Ja, genau. Dann kannst du schon im Januar Spargel essen. Tja, sehr merkwürdig. Und dann ist die Frage nach der Soße Hollandaise. Achso, ja, ja, ja. Ist das die Locul oder die von, was ist das andere? Tomi? Es gibt auch noch andere Hersteller. Ich bin ja der Locul-Typ eher. Kennst du das? Das gibt es ja mal am Stand dazu. Kannst du ja gleich mitkaufen. Ja, ja, ich weiß. Ich kenne diese Packungen so. Aber ist das so, bist du so ein Typ, der das auch selber kocht oder kauft man dazu fertig? Nee, Hollandaise habe ich noch nie selber gemacht. Das ist, glaube ich, auch nicht schwer. Das ist, glaube ich, nur Eigelb und Öl. Das ist auch nicht schwer. Aber es gibt, glaube ich, auch so... Schmeckt es denn? Die Tomi-Hollandaise und die Locul ist, glaube ich, so die Spitzenreiter in dem ganzen Spargel-Hollandaise-Geschäft. Aber es gibt auch eine von Knorr. Aber, naja, wie auch immer. Ich wollte noch sagen, Spargel hat sehr gesund irgendwie, viele Mineralien und so weiter. Unter anderem Kupfer, Eisen, Zink und auch Schwefel. Und er aktiviert auch das Liebesleben. Er sieht ja auch so fallisch aus. Also das reflektiert auch sozusagen die Inhaltsstoffe gleich. Aber das Geheimnis kannst du mir auch nicht sagen. Ist es vielleicht das Erotische? Also jedenfalls, warum ist das in Deutschland so ein Riesending? Also ist das schon immer so gewesen? Oder es ist ja so ungefähr, weiß ich nicht, so ähnlich wie... Was gibt es denn noch, was so Großes in Deutschland? Erdbeeren. Ja, Erdbeeren ist auch so wichtig, ne? Ja. Also es gibt ja, ich kenne das ja sozusagen, Erdbeeren ist auch immer voll der Run irgendwie. Da wollen ja auch alle irgendwie ganz... Oder Blaubeeren. Aber Matschies ist halt noch so eine Saison. Oder Wild oder so, ne? Es gibt ja so, zumindest auch im ländlichen Bereich oder so, immer so, ja, jetzt ist wieder Matschies-Zeit, jetzt ist Spargel-Zeit, jetzt ist Erdbeer-Zeit, jetzt ist wieder Wild oder Pilze oder so. Das heißt, die... Naja, dann wird da so irgendwie noch so eine alte Ernährung, so ein Trend, den es früher vielleicht mal gab. Heute kannst du jeden Tag irgendwie Pangasius essen. Ja. Irgendwie oder was auch immer. Oder Spargel aus Israel kriegst du aber schon das ganze Jahr. Aber naja. Wie habe ich mit dir zusammen Spargel gegessen? Hast du zwar keinen Spargel gegessen, aber da waren wir zusammen noch in den Pferden einer Domstuben. und da gab es ein sehr leckeres Gericht, das war mit Spargelbeilage. War mein erster Spargel dieses Jahr. Hast du gegessen? Ja, habe ich gar nicht mitgekriegt. Ich habe nur auf deinen Teller geguckt. Ich war da gar... Achso, ich war da gar nicht. Interessier dich doch mal für andere Leute. Da brauche ich nicht mit. Ich hatte ja deine Lieblingsspeise, das Bremer Knipp. Das war ja früher direkt aus dem Rinderhirn hergestellt und gerade zu Kreuzfeld-Jakob-Zeiten, und manche erinnern sich noch, das war vor Ehek, wurde ja davon abgeraten, irgendwas vom Rind zu essen, weil die Rinderhirne kaputt, also da ist irgendwas, eine Krankheit irgendwie, Rinderwahn sind halt drin. Und wenn man dann weiß, das Bremer Knipps sozusagen, eine Spezialität aus Bremen, die sozusagen mit ganz viel Gewürzen wird das Rinderhirn, also der Rest vom Rinder verarbeitet, da war dann bei dir schnell Schicht im kulinarischen Schacht. Ich habe das ja mit dir erst kennengelernt, aber ich fand das super lecker, das weiß ich noch. Das ist doch lecker. Und ich glaube, du wirst das jetzt wieder abstreiten bis zum Tod, aber ich erinnere mich daran, dass du das immer mit Uncle Ben's Westernsoße angemacht hast. Und das in der Pfanne so... Niemals! Aus dem Glas, nicht? Das ist verrückt. Nein, um Gottes Willen, das hast du verwechselt. Nein, nein, nein. Das gibt es mit Brattkartoffeln und mit einer aufgeschnittenen Gewürzgurke. Und das war's. Dann war das ein anderer Student mit langen Haaren. Aber ich hatte, das war jedenfalls, habe ich bei dir erst kennengelernt und ich fand das sehr lecker. Und ehrlich gesagt, habe ich das an dem Abend, wo wir da gesessen haben, habe ich dich beneidet. Ich hätte das auch mal nehmen sollen, das war nämlich viel besser, glaube ich. Ja, Knipp ist, Knipp ist, machst du nichts falsch, ne? Es sah sehr gut aus. Ja, schön, dann muss ich auch mal gucken, wo ich mal einen Spargel her... Äh, wo ich mal wieder einen Spargel esse irgendwie. Das läuft das Wasser im Mund zusammen und wenn ich das so sehe, was das... Also sehr, sehr gesundes Lebensmittel. Ähm, ich habe nur gehört, dass die Erntehelfer werden weniger. Also das heißt, es ist ein Problem, diesen Spargel zu ernten. Viele haben schon ihre... Landwirte haben ihre Spargelbauern, haben schon ihre Felder verkleinert. Und, ähm, das ist ein Problem, weil viele Leute jetzt auch, gerade aus dem osteuropäischen Raum, auch andere Jobs kriegen, die eben nicht saisonal sind und wo sie auch mehr als den Mindestlohn verdienen. Ähm, dass die, äh, daher gibt es ein Problem, ne? Also ich kenne das hier bei uns so, dass hier ist ja sehr viel Landwirtschaft und, äh, auch unheimlich viel Erdbeeren und Spargel und sowas und die, äh, Arbeiter, die früher alle aus Polen hierher kamen, die kommen halt nicht mehr, weil in Polen, das wissen viele hier gar nicht so, äh, ist der Lebensstandard wahnsinnig gestiegen. Also Polen ist mittlerweile ein Land, äh, was also vielleicht politisch manchmal so kritisch ist, aber was, äh, wirtschaftlich auf einem guten Stand ist und, äh, die Leute, die das jetzt machen, sind mittlerweile, glaube ich, Ukrainer oder, äh, Bulgaren und sowas, äh, die kann man dazu noch bewegen. Polen, glaube ich, weniger inzwischen. Ja, ich hab's auch gehört, dass es, das soll ausgeweitet werden aus dem und weiter, also dass man immer, ne, dass das irgendwie andere machen, ähm, die brauchen wir dann auch, ich weiß nicht, Bulgarien, ähm, ähm, weiß nicht, brauchen die ein Visum? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Aber wie immer ist das ein Problem, äh, es ist ja überall ein Problem in der Gastronomie und so, das ist, äh, viele, viele machen auch zu oder, oder wie gesagt, hier haben wir ja schon drüber gesprochen, dass Metzgereien oder Gaststätten oder Bäckereien und ich kann ja keine, keine Leute mehr finden, aber, naja, allgemeines Problem. Ja, also hier, äh, in Mecklenburg-Vorpommern übrigens, wenn ich kurz nochmal, kurz nochmal sagen darf. Ja, erzähl ruhig. Das ist ein Riesenproblem, weil, ähm, Tourismus ist ja hier das, womit wir unser Geld verdienen und, äh, es gibt einfach kein Personal mehr dafür, das ist völlig irre, du kannst also, viele müssen also dann sozusagen ihre Restaurants schließen, zeitweise oder ihre, ähm, Häuser ganz schließen, weil es, es gibt schlicht kein Personal mehr für den Bereich. Ja, das wird irgendwie auch, das Thema hatten wir schon mal, bayerische Innenstädte, also Kleinstädte, also Marktplätze und so veröden, die Zentrum der Stadt irgendwie, die Gaswirtschaft zu, Metzgerei zu, Bäcker zu, ne, keiner hat mehr Bock, das zu lernen, keiner stellt sich freiwillig hinter ein Brot, hinter die Brothäke da und, äh, so veröden ja auch dann irgendwie die Kleinstädte, malerische Kleinstädte. Ja, schade, ähm, ja, wir hatten ja noch, wir hatten ja noch, ähm, hatten ja noch irgendwie, äh, Thema Fußball war es vorbereitet, ne, muss man auch dringend drüber reden, ähm, ganz, ganz, äh, wichtige Entscheidung, meine Damen und Herren, bei Hedrick Swayze, dem Fußball-Wander-Team, auf Last Mixed Anderlach. Ja, als Bremen, als Werder Bremen-Fan, äh, äh, oder Sympathisant, äh, naja, kann er schon Fan sagen, äh, war ja, war ja, war ja, das, das, das Spiel, was wir nochmal hier beleuchten müssen, das, das DFB-Pokal-Halbfinale in Bremen, äh, gegen Bayern München, wo es ja irgendwie in der 75. Minute diese, 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 diesen Elfmeter gab, der keiner war, wenn du es mitbekommen hast, äh, und, ähm, das Ganze war dann sozusagen spielentscheidend, und, ähm, das heißt, es wurde ein Elfmeter, wieder gepfiffen, äh, wegen eines angeblichen Foulspiels, ähm, 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 an Kingsley Coman und, ähm, von, ähm, von, ähm, von Theo, Theo, glaube ich, Gebre Selassie, ähm, und, ähm, ja, daraufhin gab es einen Elfmeter, äh, und, ähm, der wurde, äh, gegeben von Daniel Siebert, äh, ein, ein Schiedsrichter aus, äh, aus Berlin, irgendwie, ich glaube, 34 Jahre alt, und, äh, das Spiel wurde damit entschieden, und es gab wohl auch, äh, äh, die, äh, die Videoschiedsrichter haben sich, da haben das wohl nicht richtig eingeschätzt, oder haben sie, haben nicht, nicht kommuniziert, dass es irgendwie keiner war, sie hätten, eigentlich hätte der, der Herr Siebert auch noch mal den, äh, den, äh, den Fall auf dem Monitor, äh, nochmal reviewen müssen, also anschauen müssen, ähm, also direkt am Spielfeldrand noch mal gucken müssen, aha, war da was, ne, sich die Bilder zeigen lassen, hat er nicht gemacht, hat den Elfmeter gegeben, wer da ist raus, irgendwie, man weiß nicht, ob sie das Spiel noch gewonnen hätten, also für mich bestand es 2 zu 2, äh, und der, äh, Schiedsrichter, DFB-Videoschiedsrichter, äh, äh, oberst, äh, der, ähm, der, ähm, der, ähm, oberste Mann beim DFB, äh, der hat einen Kommunikationsfehler eingeräumt und gesagt, das war kein Elfmeter, und hat sich dann sozusagen, ja, indirekt entschuldigt, äh, also das heißt, ähm, der, selbst der DFB hat gesagt, ja, äh, sorry, war keiner so, ne, irgendwas falsch gemacht, ne, also richtig scheiße, und das Ganze hat sich dann ja irgendwie wieder jetzt am letzten Spieltag fortgesetzt beim, beim Lokalderby Schalke gegen, äh, Dortmund gegen Schalke, wo es denn auch einen Elfmeter gab, einen Handelfmeter, der, ähm, der, ähm, der dann, ähm, der wieder genau dazu zu diesen, zu den Diskussionen geführt hat, ne, Videoschiedsrichter oder was ist, ne, beziehungsweise was ist, was ist Handspiel und was nicht, ne, da haben die Videoschiedsrichter ja auch immer noch eine Meinung dazu, und, ähm, naja, da wurde der Elfmeter gegeben, äh, beim Stand von, ich glaube, von, äh, 1 zu 1, äh, 1 zu 0 für Dortmund, da stand es 1 zu 1 danach, also, ähm, äh, Julisien Favre, der Trainer von Dortmund, hat sich ja dann tierisch aufgeregt bei der Pressekonferenz, was sollen wir denn machen, am besten nur noch Spieler ohne Arme einstellen? Oder, äh, das war das Interview, wo er immer, wo, das ist auch jemand, der, der des Deutschen nur sehr begrenzt mächtig ist. Ja, das ist wirklich Schweizer, ja, das war wirklich ein sehr, und das war eigentlich das Einzige, was an dem ganzen Fall wirklich unterhaltsam war, das war, äh, die Art und Weise, wie er versucht hat, sich auszudrücken, verzweifelt sich auszudrücken, und er mal gesprochen hat, von Arme, keine Arme, und, äh, aber Spieler braucht Arme, und, ja, das war, also hat ihn bewegt, auf jeden Fall, aber er hat es nicht so richtig, man merkt, das, er konnte es nicht so ausdrücken. Naja, ja, klar, also, nur, nur, manche, manche Verteidiger gehen ja schon sozusagen, also, so, so in den, in den Zweikampf, in dem sie beide Hände hinter dem Rücken verschränken. Echt? Ja, damit sie, weil, das ist ja mittlerweile wirklich so, er hat da auch recht, ne, nach der Regel, so, ne, irgendwie, oder nach der Auslegung, wie es hier, oder die Regel, wie sie jetzt durchgesetzt wird, bedeutet ja, jeder Stürmer schießt einfach mal schön im Strafraum, ne, und trifft garantiert irgendeinen scheiß Arm, der da irgendwie rumbummelt, ne, und dann schon, bumms, gibt's Elfmeter, weil unnatürliche Handbewegung, oder Absicht, oder was auch immer, ne, Spiele, ne, irgendwie Verbreiterung der Körperoberfläche, bla, 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 ne, also, du kannst es immer so auslegen, nach der jetzigen Regel, dass es ein Handspiel, ein absichtliches Handspiel war, oder ein Handspiel, ähm, also, oder ein Handspiel, oder ein absichtliches Handspiel, ist in dem Fall auch egal, es gibt Elfmeter, und das ist natürlich mega scheiße, wenn dann wirklich, äh, die, die, die Stürmer, oder die Spieler einfach nur noch im Strafraum aufs Tor schießen müssen, oder am 16er irgendwo abziehen, und dann irgendwie irgendeine Hand treffen, und rums, bumms, gibt's Elfmeter, ja, also, da müssen sie sich mal dringend was einfallen lassen, also, das ist einfach alles mega scheiße, okay, finde ich, ja, ja, jetzt werde ich wieder Monolog gehalten, aber, ne, du, ich kann's, aber ist das, äh, ja, und, ist, also, Werder hat jetzt dreimal verloren, ist das richtig? Ne, äh, zweimal, also, im Pokal gegen Bayern, und dann, dann, jetzt gegen Düsseldorf auch nochmal, also, die sind, jetzt, Ja, gegen Bayern haben sie zweimal, gegen Bayern haben sie zweimal verloren, Achso, dreimal, stimmt, du hast recht, gegen dreimal, ach, du hast vollkommen recht, ja, leider, Also, nicht im selben Wettbewerb, aber, ja. Ja, danke, hm, schön, dass du es nochmal erwähnst, ja. Nein, ey, mein Gott, nein. Naja, aber dem HSV geht's auch nicht besser, die sind auf Platz, Platz vier abgerutscht, nachdem sie jetzt das Spiel in Berlin verloren haben, gegen Union. Ein Glück. Das, äh, naja, ähm, traurig, traurig, ähm, ja. Hast du mitbekommen, dass, ähm, dass es da noch, der, äh, der, äh, ich glaube, wer war das, Louis Holtby? Ähm, ähm, dass der, dass der, auch noch, äh, gesagt hat, er kommt nicht mit, ähm, zum Spiel, die nach, äh, gegen Union, ja, 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 ja. Hat er gesagt? Ja, 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 ja. Ach, äh, sag nochmal, warum, oder was, ich hab's gerade nicht auf dem Schirm. Nee, es war, es war, ich weiß gar nicht, war das jetzt, war das, ähm, ja. Ähm, ähm, und, äh, nee, es, nee, er wollte, er hat gesagt, ich, äh, sitze immer noch auf der Bank und so, und, äh, würde... Achso, aber beleidigt, weil er nicht, dachte, er darf nicht spielen. Ja, 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 genau, und hat dann gesagt, er bleibt dann lieber, äh, lieber gleich zu Hause irgendwie. Oh, gut, das ist aber schon, das ist schon Defizitismus. Ja, 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 irgendwie, also, das geht natürlich... Arbeitsverweigerung. Ja, das geht natürlich gar nicht, dass du jetzt irgendwie als Spieler sagst, ja, nee, ich hab ja eh wahrscheinlich, werd ich eh nicht eingewechselt, dann bleib ich mal, vielleicht frage ich mal den Trainer, ob ich zu Hause bleiben kann. Und, äh, angeblich war das auch vor der Mannschaft, also, er hat das, Louis Holtby hat es wohl zum Trainer gesagt, während er die Mannschaft dabei war, und hat sich dann danach beim Duschen dann, äh, gemerkt, äh, oh, das war nicht so gut, weil das dann wieder revidieren, und dann war aber die Tür schon zu. Ja. Äh, das ist natürlich, wenn man Eigeninteresse vor den Vereinsinteressen, vor den Interessen der Mannschaft oder des Vereins stellt, ist das immer problematisch, ne? Ich hatte jetzt vor kurzem noch mal so ein, äh, ich gucke immer gerne auf YouTube diese Videoschnipsel von Mario Basler an, weil ich das immer ganz unterhaltsam finde, auch wenn es teilweise wahrscheinlich, äh, keine fachlich spannende Meinung von ihm ist, aber, äh, es ist halt ein gewisser Unterhaltungswert, und, äh, er hat sich darüber geäußert, dass, äh, die Spieler halt eben mittlerweile machen können, was sie wollen, und, äh, es wird ja sozusagen niemals einen Spieler entlassen, es ist halt so, es wird immer erdauern, wenn die Trainer ausgetauschen entlassen, und, äh, wenn die Mannschaft, auch wenn die Mannschaft oder die Spieler sich teilweise wie Vollidioten benehmen, äh, es gibt ja keine Chance mehr, die zu entlassen, weil die einfach mittlerweile alle Mörder Geld kosten, und, äh, äh, das war ja früher anders, ne, also, das ist ja heute alles so ausgereizt. Ja, aber es gibt, also, ja, aber es gibt ein grobes Fehlverhalten, sportliches Fehlverhalten oder so, das wird schon, also, Louis Soltby, der Vertrag läuft eh aus zum Saisonende, und er wurde aber sofort suspendiert, also spielt nicht mehr, wird kein Spiel mehr machen, darf nicht mehr mittrainieren, also, das heißt, die Konsequenz war dann, ähm, war dann so, äh, die war dann, äh, auch dann sozusagen, äh, relativ hart für ihn, und, ähm, also, ich finde, ich, ähm, ich, ähm, ich finde das, finde das immer gut, wenn, 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 wenn sowas bestraft wird, weil das geht ja, geht ja nicht, ja, ich bleib lieber zu Hause, gucke mir das Spiel auf Sky an, irgendwie, während meine Kameraden dann auf dem Spielfeld irgendwie versuchen, irgendwie den Aufstieg klarzumachen, wir verlieren sind leider noch 2 zu 0, irgendwie, aber, naja, es gab noch ein ganz tolles, äh, was du mitbekommen hast, in der englischen, in der zweiten englischen Liga, das trinkt, jetzt trinkst du auch noch was, oder was? Ja, äh, schönen Brause, Zitronenbrause. Ja, Mahlzeit, äh, erzählen wir mal weiter, ähm, vielleicht hast du mitbekommen, es ging, ähm, das Spiel Eston Villa gegen Leeds United, ähm, wo es, ähm, darum ging, dass, dass, ähm, ein Spieler von, dass, ähm, ein Spieler von Eston Villa einen, ähm, Moment, das, ich kann mich nicht können, willst du eben auch das aufessen? Nee, ich bin fertig, Entschuldigung, bin fertig. Nee, also, es war, das war da, es ging darum, äh, es war ein entscheidendes Spiel, also ein wichtiges Spiel um den Aufstieg in die Premier League zwischen Eston Villa und Leeds United und, ähm, es begab sich, äh, äh, in der vergangenen Woche, äh, dass, dass ein Spieler von, von, äh, Leeds United einen Spieler von Eston Villa gefault hat und der verletzt am Boden liegen blieb und, ähm, ähm, daraufhin, ähm, haben alle gefordert, hier spiel den Ball ins Aus, der muss behandelt werden, ne, was, 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 was die, was die Mannschaft dann eben so, ne, gestikuliert und sollte hier kommen, so, das ist auch normal, die, die, äh, Leeds war da gespielt und hat ein Tor erzielt, wobei die Spieler von Eston Villa auch schon das Spiel, das Spiel etwas mehr oder weniger eingestellt haben, wenn man das sich anguckt und darauf gab es dann irgendwie Handgemenge irgendwie zwischen den Trainern und Spielern und so und dann hat der, hat der, äh, der Trainer von Marcelo Bielsaf von, von Leeds gesagt, so, jetzt lasst, lasst jetzt ein Tor zu, das heißt, der hat gesagt, Eston Villa, gib dir den Ball und lass dir ein Tor schießen und das haben die dann, die Spieler haben alle gehorcht, haben sich aber hingestellt, haben gesagt, okay, äh, wir, wir machen jetzt mal nichts und, ähm, dürfte, dürfte schwer, vielen schwer gefallen sein und, ähm, dann, ähm, ja, geht's, rennen die aufs Tor zu und, äh, bis auf einen Abwehrspieler haben alle sich dran gehalten und nichts gemacht und der, der, ähm, weiß der, Johannson, Jansson oder so, Jansson hat, äh, gesagt, ne, er kann das nicht zulassen und hat noch versucht, das Tor zu verhindern, aber der Torhüter hat auch nichts gemacht und dann stand es 1 zu 1 und alle und das war Fairplay vom Feinsten, also so besser geht's ja, so muss es sein, äh, also muss ich sagen. Na, sehr gut. Ja, auf jeden Fall, ähm, 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 großartige Geste, äh, ähm, von, äh, sogenannte El Loco, da ist der, äh, ich glaube, Südamerikaner, der Trainer, Marcelo Bielsa, äh, von, 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 Leeds United, ähm, also großer, großer Respekt, äh, muss ich sagen. Hm, ja, Respekt. Ja. Genau. Ja. Genau, das, äh, kann man sich ja nochmal, eigentlich nochmal, nochmal angucken im Internet. Das war Hedrick Swayze, unser Fußball-Magazin auf Last X in Anderbach. Ja. Genau. Was liest du jetzt, eine Illustrierte, oder was machst du da jetzt? Ich liese gerade das goldene Blatt, genau, ich gucke gerade, aber steht nichts drin, oder was über den Fall, was du gerade erzählt hast, kommt hier leider nicht vor. Ach so, am goldenen, das ist ja immer klar, weil ich keine Fußball-Rubrik, ne? Nee. Aber ich habe ja noch ein, äh, ein, 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 etwas mitgebracht zum Thema Spargel, und zwar eine, einen, einen Fernsehtipp, den ich gerne noch geben wollte. Fernsehtipp? Mhm. Ach so, okay. Mhm. Flimmerkiste auf Last Exit Andernach. Ausgewählte Serien und Filme für Kino- und TV-Freunde. Arndt und Eckart haben für sie reingeschaut. Oh. Oh, und die Töne. Genau, wir hatten ja gerade drüber gesprochen, die schöne Spargelzeit fängt wieder an jetzt, und, äh, da gibt es auch was, was man sich, äh, angucken kann, nämlich es gab mal einen Tatort, äh, der, zu dem Thema, der Tatort Spargelzeit, äh, aus der, ne, aus der Krimi-Reihe Tatort, und, äh, das ist der, der, der 775. Tatort gewesen und der 18. Fall von Axel Prahl und Jan-Josef Liefers, ne, kennt man ja. Mhm. Super, gucke ich nie, aber... Ja, ich auch nicht. Kennt man wahrscheinlich, ja. Ganz, ganz furchtbar. Äh, genau, das sind die Münsteraner Ermittler Thiel und Börne. Ne, das ist ja, die, kennst du ja die beiden, ne? Ne. Das ist ja, der, der Prahl ist ja der... Jan-Josef Liefers und Axel Prahl, ja, okay, die kenne ich, ja. Ne, der Prahl spielt den, ähm, Kommissar, glaube ich, und der Jan-Josef Liefers ist immer dieser, äh, wie heißt das nochmal, der sich die Leichen... Pathologe, genau. Und dann ist auch noch so eine kleine Frau dabei, so eine, so eine kleinwüchsige Dame, aber das weiß ich nicht, wie die heißt. Und, äh, genau, das war, und zwar ist ein Tatort aus dem Jahr 2010, wurde er erst gesendet und Spargelzeit erzielte die höchsten Tatort-Einschaltquoten in Deutschland seit 13 Jahren. Ach du, das ist ja peinlich. Ne, woran du wieder, ne, woran du wieder siehst, äh, Spargel und Tatort, ich glaube, deutscher geht's nicht, oder? Das sind so, wie ich so, die deutsche, vielleicht noch so Adidas gibt's auch noch, oder, aber so deutsche Kernmarken, Oktoberfest, Spargelzeit und Tatort, ja. Äh, und zwar, ich hab mal kurz die Handlung zusammengefasst und ich musste schon ein bisschen schmunzeln, pass auf, jetzt wird's unterhaltsam. Sonja, die Ehefrau des Spargelbauern Martin Pütz, wird erstochen. Da Herbert Thiel, der Vater des Kriminalkommissars Frank Thiel, zur Tatzeit auf dem Gelände des Spargelhofes aufgegriffen wird, da er dabei war, Spargel zu stehlen, gerät er unter Verdacht. Julia, die Tochter des Spargelbauern, erzählt Thiel, dass sie ihre Mutter in der Tatnacht beim Liebesakt mit einem polnischen Gastarbeiter erwischt habe. Was? Liebesakt? Das hab ich nicht zugehört. Als sie zurück ins Haus gehen wollte, sei sie gestolpert und dann habe da plötzlich das Spargelmesser gelegen und sie habe ihre Mutter damit erstochen. Ende wird nicht verraten, äh, aber kann man sich ja mal angucken. Einschaltquote war 10,5 Millionen Personen. Wann lief das? Vor drei Jahren? Nee, 2010. Toll. Ja, super. Schön. Ja, toll. Jetzt weiß ich auch, wenn ich das nicht gucke. Genau. Ja, wir haben auch einen schönen Film gesehen am Wochenende. Du warst da bei mir zu Gast, ne? Ja. Genau, wir haben Rocker geguckt. Das ist ein Film aus, ich glaube, 1972 oder 1973, ne? Ich meine, ja, kann sein, ja. Und, äh, jedenfalls, es spielt in Hamburg, es spielt so im Hamburger Rocker- und asozialen Milieu. Und, äh, es handelt eigentlich davon, dass ein, ähm, ein junger Mann, äh, äh, ja, der so ein bisschen, äh, als halbstarker unterwegs ist, ähm, gemeinsam, ich glaube, mit seinem kleinen Bruder, ne? Oder ist das sein kleiner Bruder oder Stiefbruder? Ich glaube, es ist sein Bruder. Ja, wir sind die verwandt, ja. Jemand heißt, dass sie sich so aufmachen und so ein bisschen, äh, äh, im kleinen kriminellen Milieu unterwegs sind, unter anderem auch ein Auto stehlen und so, und dann aber mit dem Rotlicht, äh, Milieu aneinander geraten und, äh, äh, dann wird der große Bruder erschlagen und der kleine Bruder, ähm, ist dann so auf der Flucht und, äh, kommt dann zusammen mit so einem Rocker, der gerade aus dem Gefängnis entlassen wurde, ne? Und die beiden, ähm, machen sich dann zusammen so ein bisschen, äh, auf die Reise, ne? Und, äh, erleben so einiges zusammen und, äh, ähm, ähm, spielte alles in Hamburg, ne? In der Reeperbahn, äh, meistens, ne? Genau. Und der Junge soll eigentlich nach Cuxhaven zu seinen Eltern zurück, weil er seine Lehre geschmissen hat in, äh, Hamburg und, äh. Im Supermarkt hat er gelernt. Genau. Er wirkte aber sehr, sehr jung, also er wirkte irgendwie so fast zu zwölf. Eigentlich ein bisschen zu jung für den Supermarkt, hätte ich jetzt auch gedacht, aber, tja, weiß nicht. Und, äh, nein, das ist also das wahnsinnig unterhaltsam und, äh, ist natürlich sehr, ein bisschen düster und ist auch so ein bisschen, so ein, zeigt eher so ein trostloses Milieu, aber natürlich, äh, unheimlich toll, dass man diese Rocker mal da so in Aktionen sieht, das ist auch so, auch offensichtlich auch mit echten Rockern gedreht worden damals und, äh, mit, äh, so selbst gebastelten, äh, Choppern und, äh, entsprechenden fantasievollen Klamotten und so weiter. Und, äh, ja, und dann auch gute Sprüche, die da drin, die so ein bisschen so, äh, Kult geworden sind, ne, so mach dich gerade und, äh, du fährst nach, du fährst nach Hamburg, ich schwör's dir und so, das sind alles so Sachen, die man, also gerade so bei Filmfans und so, das sind also bekannte Sprüche und der Film wird auch immer wieder aufgeführt in, äh, Hamburg vor allem und, äh, gibt's immer wieder große Aufführungen und Partys und, äh, das ist so ein Kultfluss. Naja, natürlich, das ist so ein Hamburger Szene-Ding. Ja, wir haben jetzt schon, ich hab den zum zweiten Mal gesehen, irgendwie, ich fand den sehr spannend, ich fand den interessant, dass da, äh, richtig fette Hits waren, also von den Rolling Stones, war was da, The Who, äh, The Who, äh, Led Zeppelin war, glaube ich, dabei, ähm, genau, äh, Rock'n'Roll war, war dabei, von, von Led Zeppelin. Ähm, ja, äh, wirklich, wirklich toll, also sehr, sehr hart und, äh, düster eigentlich, ne, aber, ähm, ich fand, was ich immer geil finde an solchen Filmen, wir machen öfter mal so Filmen, Trash-Movie-Abende hier, ähm, äh, was ich toll finde, ist, wenn das, also deutsche, deutsche Filme sind, die, äh, wo man dann auch, äh, mal guckt, ey, was sind das für geile Autos gewesen und, ach Mensch, was haben die da, wie sah das Bier, wie sahen die Bierflaschen aus, wie sahen die Frisuren aus und so weiter, die, wie hat man da geschnackt oder so, ne, ähm, fand ich sehr, 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 sehr cool, ähm, ja, aber heftiger Film, ich wusste, da wurde ja, glaube ich, im Auftrag des ZDF gedreht, im Abspann hat man das denn gesehen, sah aus wie so eine Independent-Produktion eigentlich, aber war, war ja schon eigentlich ne, 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 ne aufwendige Fernsehproduktion, aber wirklich, wirklich gut, wirklich gut. Klaus Lemke ist ja bis heute so berühmter Filmemacher und, äh, hat unheimlich viel gemacht, auch so, ich glaube auch insbesondere so, was ich meine auch im homosexuellen Milieu und sowas, also es ist so, ist so, ist so jemand, der, ähm, also lebenslang immer so ein unruhiger Filmemacher war, mittlerweile relativ hohen Alter, aber immer noch aktiv, glaube ich. Ja, fand ich gut, ähm, ja, wo kann man den, kann man den kaufen oder irgendwo sehen, oder? Ja, kann man, die gibt es, wie gesagt, auf DVD natürlich, ähm, es gibt, äh, äh, denn wie gesagt, in Hamburg-Regel, wenn wir das mal googeln, es gibt immer wieder so Aufführungen in Hamburg und Umgebung vor allem und, äh, ja. Achso, achso, richtig, so kultige, so, äh, so, äh. Ja, ja, so Kult-Events, genau. So, Beklebowski-Abende oder sowas. Ja, sowas, ja. Ja, würde ich mir eher angucken als den Spargeltatort, hätte ich gesagt. Ja. Liebe Videofreunde, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich bin die Gisela, Geschäftsführerin bei McGuides in Unterschleißheim, übernehme gern Verantwortung und mit Billy kenne ich mich natürlich aus. Deshalb höre ich Last Exit an danach, meine einzige wahre Liebe. Die Buren haben keine Marke auf der Naht, aber das hört es um den richten Fleck. Solche Männer werden nicht mehr gebaut. Bitte, ihr Lieben. Ja, die Gisela hört uns auch. Ja. Das ist doch gut. Ja, und auch nicht nett. Ja, finde ich nett. Auch in Bayern werden wir gehört, ne? Das ist irgendwie ganz schön, geht ganz schön ab. Ja, das ist, Spotify ist ja international. Ja, cool. Genau. Ich spiele schon wieder Gitarre, hört man das eigentlich? Hm, leider. Ja. Was haben wir noch? Achso, Musik haben wir noch, ne? Nee, Musik haben wir auch noch, stimmt, genau. Oder? Genau, wir haben ja jede Menge vorbereitet. Yee-hah! Howdy, Partners! Tonight we got the best of the best for you. Welcome to our last Exit on the night of Top 10. It's just awesome! Ja, und zwar haben wir diesmal unsere liebsten Top 10 aus Country- und Western-Musik rausgesucht. Und ja, ich weiß nicht, wie es dir geht. Also ich bin erst in den letzten Jahren so ein bisschen zu dieser Musik gekommen. Ich habe, klar kannte ich so ein paar Songs auch schon vorher, aber irgendwann wurde das ja mal großes Thema, immer diese letzte Reihe von Platten und Alben, die Johnny Cash rausgebracht hat. Es gab doch erst mal diese Sachen, die er mit Rick Rubin gemacht hat. Und da wurde dann ja so eine ganze Reihe von Alben draus. Und ich weiß, dass ich das, ich als junger Mann Johnny Cash immer so wahrgenommen habe, als so ein bisschen altertümliche Country-Musik und es war eigentlich eher so etwas Unmodisches. Ich habe ihn, glaube ich, zum ersten Mal gesehen, ich habe den im ersten Mal gesehen, dass er irgendwie, wer das ist, im Columbo. Der hat ja auch mal mitgespielt. Richtig, stimmt. Da habe ich zum ersten Mal Johnny Cash wahrgenommen und dann die Musik erst spielte. Da war ich aber auch sehr jung noch. Naja, wie auch immer. Aber ich habe die Aufgabe, glaube ich, ein bisschen verfehlt. Ich habe sehr viele so Country-eske Sachen. Ich weiß nicht, wir müssen gleich mal gucken. Ich aber auch, teilweise. Ja, dann willst du mal anfangen mit der Nummer 10? Ja, und zwar, meine Nummer 10 ist aus dem Jahr 1990 von Garth Brooks. Garth Brooks war im 90er ein großer Star in Amerika und der Song The Thunder Rolls, das ist so ein Balladenartiger Song und fand ich damals super. So, und ich hatte damals auch das Album. Ach, echt? Du hast das Album? Ja, ja. Genau. Garth Brooks, bekannt, ja. Der Name sagt mir was. Ja. Ich bin ja nicht so ein Country-Fan. Ich habe auf Nummer 10 Kid Rock mit Picture featuring Sheryl Crow. Das ist eine reine Country-Nummer, kannst du drauf verlassen. Kid Rock finde ich ja ganz geil. Er ist ein großer Trump-Fan, das finde ich jetzt ziemlich scheiße, aber musikalisch, muss ich sagen, finde ich den ganz geil. Und deswegen habe ich ihn ausgewählt. Wir arbeiten ja gerade für René Schelz, der macht ähnliche Musik, deswegen vielleicht habe ich gerade so Hard Rock Country-mäßig gerade. Aber genau, die Nummer ist cool. Also es ist natürlich sehr poppig, so catchy. Genau, das ist meine Nummer 10. Genau, nee, also Kid Rock finde ich auch immer super. Genau, ich habe auf Platz Nummer 9, habe ich Homeward Bound. Das ist ja ein Song ursprünglich von Simon und Garfunkel und es gibt eine Interpretation von Paul Simon mit Willie Nelson aus dem Jahr 2003, live in New York eingespielt. Homeward Bound, das ist also so als Country-Nummer eingespielt, sehr schön. Mhm, das merkt gar nichts. Ich habe meine Nummer 9, ist Gunter Gabriel, Schlaf nicht ein am Lenkrad, Junge, aus dem Album Dieselknechte. Das Album, kennst du das, weil das ist, glaube ich, 1992 oder so? Da geht es ja nur um Trucker, da geht es ja nur um das Thema Trucking und ich weiß nicht, er ist wohl lange auch gefahren oder was? Oder kommt mir das nur so vor? Zumindest ist das ein sehr großes Thema. Ja, das ist ein großes Thema, weil ihm gefahren ist er nicht, aber... Gar nicht? Nee, 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 er ist nicht gefahren, aber er war... Nee, nee, er gehört zwar zu den unterschätzten Leuten. Ich würde ihm mal jedem ans Herz legen, sich mal die Biografie von Herrn Gabriel anzutun. Also der war ein unheimlich umtriebiger Mann, hat unheimlich viel geschrieben für andere Musiker und so, auch für teilweise sehr seriöse, angesehene Musiker. Ja, aber nee, aber es stimmt, das war so seine Kernkompetenz, also dieses Thema Trucking und... Absolut. Also das Album Dieselknechte, eigentlich von 96 ist das, ja nicht von 93, da sind dann die Songs, die heißen Wir sind die Fahrer, die gelben Engel vom ADAC, Temporausch, Dieselknecht, Wenn ich ein Trucker wäre, Mama, lass deinen Sohn nicht Fernfahrer werden, Mama, lass deinen Sohn nie Fernfahrer werden, Ich fahre nie mehr blau, Wer ist der Mann hinterm Lenkrad? Ich lieb die Bullen. Also das ganze Album handelt nur vom Trucking. Ich habe etwas mal gegoogelt übrigens, diese Nummer, Ich schlafe nicht ein am Lenkrad, Junge, hat zwei Amerikaner, also die Melodie kam mir bekannt vor, ich habe das mal gegoogelt bei der GEMA Datenbank. Ich habe die beiden Songwriter dann auch gefunden, aber das Original nicht dazu. Das klingt für mich wie Tanita Tikaram. Wie hieß der? Sobriety? Das ist die Twisted My Sobriety, das musst du mal vergleichen, schlafe nicht ein am Lenkrad, Junge, mit Twisted My Sobriety, der wurde übrigens von Tanita Tikaram selbst geschrieben, der Titel, also ihr riesen Hit, einziger Hit, aber das kam mir sehr ähnlich vor. Ja, dieser Mama-Song, den du gerade, ich weiß nicht mehr, wie du jetzt bei Gunter Gabriel hieß, Mama, lass deinen Sohn nie Fernfahrer werden, heißt der. Genau, genau, der kommt in meinen Top Ten übrigens auch vor, aber in der amerikanischen Originalversion. Ja, genau. Okay, jetzt deine Nummer 8. Genau, Nummer 8 habe ich einen amerikanischen patriotischen Song aus dem Jahr 2002, und zwar von Toby Keys, Courtesy of the Red, White and Blue. Das ist ein Song, das Album hieß Unleashed, und war ein Song in Reaktion auf 9-11 und die amerikanische Vergeltung und so weiter, und ist so ein richtiger amerikanischer Südstaaten, naja, patriotischer Cowboy-Song, und ja, der ist ein Gänsehaut-Song, guter Song. Mhm, genau. Ich habe Nummer 8, den Country-Song überhaupt, John Denver, Take Me Home, Country Roads, weil, weiß nicht, den kannte ich ja früher noch als Kind irgendwie, habe ich den gehört mal und fand den, lief mir immer mal über den Weg irgendwie, John Denver auch, glaube ich, tragisch gestorben, ne, irgendwie auf Flugzeugabsturz, glaube ich, oder so, kann das sein? Ich weiß, kann sein, oder? Naja, auf jeden Fall, die Nummer kennt ja nicht jeder, Take Me Home, Country Roads, brauche ich jetzt hier nicht vorsingen. Meine Nummer 8 war das, genau. Genau. John Denver war ja auch wirklich damals ein Riesenstar, ne, und ich... Der war doch in der Muppet-Show, ne? Der war auch in der Muppet-Show, und ich weiß noch, das ist ja ein Künstlernamen, das ist ja eigentlich John Deutschendorfer hieß, das ist mir in Erinnerung geblieben, das fand ich sehr witzig, dass er sich einen Künstlernamen zugelegt hat. Genau, bei mir auf Platz Nummer 7, ist das dann schon, von, die Titelmelodie von der TV-Serie Ein Duke kommt selten allein, Dukes of Hazard von Waylon Jennings. Waylon Jennings, 1980 geschrieben den Song, und Waylon Jennings, auch ein Riesen-Country-Star damals, und ja, diesen Song, der ist bis heute gut. Schöner Song. Klar, ich muss mich nochmal reinhören, aber ich kenne die Serie natürlich. Meine Nummer 7 ist Ray Stevens mit Misty, ein Riesenhit von 1975. war auch in den, war lange in 106 Wochen, Quatsch, war wochenlang, 14 Wochen, in den amerikanischen Charts irgendwie, und auch in den englischen Charts, ist eine Nummer, wenn man es hört, weiß man genau, ist ein Riesenhit, kennt jeder, irgendwie fand ich ganz cool. Ähm, da habe ich aber auch sonst keinen Bezug zu, außer dass ich den Song cool finde. Mhm. Ähm, genau. Hat aber mit dem Clint Eastwood-Film nichts zu tun, ne? Clem ist die von mir? Ne, aber auf dem Highway ist die Hölle los, da hat er auch diesen Cannonball-Run, da hat er auch den, 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 den Titelsong geschrieben. Achso. Und, äh, ja, ja. Ah, ja, cool. Von 81, genau. Oh, das war ein cooler, 84, den, 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 auf dem Highway ist wieder die Hölle los, äh, drei Jahre später, Cannonball-Run 2, hat er auch nochmal den, den, ich glaube den Titeltrack, Titeltrack geschrieben, ja, cool, ja, guter Mann. Große, zu großen Burt Reynolds-Zeiten, genau. So, bei mir ist auf Platz 6 ist, äh, von Johnny Paycheck, äh, ist das ein Künstlername vielleicht, könnte sein, ne? Johnny Paycheck, ja. Ja, äh, Take This Job and Show It, das ist ein Song, äh, aus dem Jahr 1977, ähm, man kann's kaum glauben, 1978, Nummer 1-Hit in den USA, US Billboard-Charts Nummer 1, damals gewesen, Take This Job and Show It, toller Song, und, äh, Soundtrack von einem, von einem Film, der hieß, Achtung, ein Senkrechtstarter kratzt die Kurve. Und was ich sehr lustig, ja, ein Senkrecht, und das Lustige finde ich, dass sowohl Johnny Paycheck als auch derjenige, der den Song geschrieben hat, nämlich David Allen Coe, auch so ein Musikhörer, dass sie beide in diesem Film mitgespielt haben, also, nicht schlecht damals. Mhm. Die haben, die haben, die haben da gute Zeiten gehabt. Naja, die hieß übrigens original Donald Eugene Little, äh, ist leider schon verstorben, er ist 1938 in Ohio geboren, und in Nashville, Tennessee gestorben, 2003. Meine Nummer 6 ist, äh, jetzt, was weiß ich, Shelton, äh, Nummer 6, Aerosmith mit Pink. Mhm. Mhm. Äh, äh, von dem Nine Lives Album von 1997, äh, ist, ist natürlich eher Pop und Rock, aber, äh, also, es hat auch countryeske Elemente, äh, super Nummer, fand ich, super Platte auch irgendwie, Aerosmith, ich war auch großer Aerosmith-Fan, auch davor schon und so, und, ähm, deswegen hab ich Pink jetzt mal ausgewählt, weil ich, hab mir noch mal alles durchgehört, was so als Country durchgehen könnte, aber meine Nummer 5 ist nicht besser übrigens. Nee, ist doch gut, ist doch gut, ja. Und, äh, Black Shelton, ne? Black, Black Shelton, was? Mit wem zusammen jetzt? Achso, ne, 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 das war neiner, das ist einfach nur ganz normal Aerosmith-Nummer. Achso, alles klar, okay, ja, cool. Ja, cool, 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 cool. Ähm, dann hab ich auf Platz Nummer 5, ähm, Mamas Don't Let Your Babies Grow Up To Be Cowboys, das ist also der Song, den offensichtlich Gunter Gabriel irgendwie verhunzt hat in der deutschen Nummer. Äh, auch ein bekannter Song von Willie Nelson, äh, 1978 erschienen auf einem ganz tollen Duett-Album, nämlich Waylon & Willie. Waylon & Willie, also das war eben der schon genannte Waylon Jennings zusammen mit Willie Nelson, damals ganz tolles Duett-Album. Ja. Und das war, das war der große Hit auf dem Album. Willie Nelson lebt auch noch, ne? Der ist ja, wie, das ist ja der lebende Legende, ne? Ja, das ist ja der Hammer, ja. Ja, wird mittlerweile immer überall als der größte lebende Kiffer präsentiert und, äh, in sämtlichen amerikanischen Talkshows, wenn immer Anekdoten über das Zusammentreffen von irgendwelchen Hollywood-Stars mit Willie Nelson erzählt und so, ja, ja. Ja, der hatte gestern Geburtstag. Okay. 29. April, 33, dann ist der, alter Schwede, das sind ja... Und lebt meines Erachtens auf Hawaii, glaube ich, oder auf Maui oder so, das ist, also, da wird er immer dann besucht, da hat er wohl irgendwie so eine große Hacienda und, äh, da besuchen ihn dann irgendwelche Hollywood-Stars und um sich dann mit irgendwelchen Weisheiten mit ihm auszutauschen. 86 ist er geworden gestern. Ja. Glückwunsch. Ja, heute ist ja Mittwoch, also am, äh, vorgestern, am 29. April, ja, auf, äh, ja, da hat's geschafft, ne, ich hab, ich hab, weiß, ich weiß noch, die verdienen, glaube ich, auch extrem gut, ne, wenn du so lange im Geschäft bist, ne, und auftrittst, dann hast du die Bude auch immer automatisch voll. Will ich nochmal sehen, muss ich nochmal hin, ne, irgendwie bevor es jetzt irgendwie zu Ende geht oder so, ne. Ja. Also, es ging mit, ja, mit James Brown so, hätte ich ja gerne nochmal live gesehen, hab ich leider nicht geschafft, irgendwie, irgendwie, naja, egal, ähm, ähm, schade. Ich hab jetzt, meine Nummer 5, jetzt krieg ich aber richtig Ärger von dir. Das weiß ich jetzt schon. Wieso? Nummer 5 ist Poison, Every Rose Has Its Thorn. Aber weil da Cowboys drin, weil da Cowboys drin vorkommen. Aber, 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 das ist schon, aber, hör dir das mal, das ist eine Ballade, das ist eine, für mich ist es eine Country-Ballade. Mhm. Da ist keine Stilgitarre bei, aber, aber Every Cowboy, ja, genau, weil, Every Cowboy Has It, ne, Every Rose Song, Every Cowboy Has It, Plays A Sad Sad Song. Ja, ja, genau, ja, ja. Siehst du, insofern. Ja, ich hab den Song damals geliebt, also ich würde es, ich weiß es nicht, ja, ja, genau. Nach Motley Crue, Home Sweet Home, war das die zweitbeste, die zweitbeste Sleaze-Rock-Ballade ever. Also, ich kann mich daran erinnern, wie ich zu dem Song so nachts um zwei Mal geschwurft habe, das ist mir ja unvergültig. Ja, mit wem? Ja, ja, ja. Warum, mit wem? Ja, ist lange her. Erzähl doch mal. Ja. Nicht, ne. Mit deiner Mutter. Nein, weiß nicht, jetzt ist es zu lange her. Ich nimm es zurück. Nein, ich nimm es zurück. Entschuldigung, ich nimm es zurück. Dann hab ich, äh, so. Ja, mach schnell. Dann hab ich auf Platz, mach schnell, ich hab keinen Bock mehr. Auf Platz Nummer vier hab ich, äh, The Gambler von Kenny Rogers, 1979 veröffentlicht und damals für einen Grammy nominiert. Kennt auch jeder, also, The Gambler, den Titel vielleicht nicht, aber wenn man den Refrain hört, der geht so, äh, you got to know when to, das ist nur der Text. Ach so, der Gamer, du hast trotzdem Gamer-Alarm, ist der Gamer. Ach so, dann lassen wir das. Nein, dann können sie, ich, ja, nicht. Nein, ich weiß jedenfalls nicht. Wie heißt The Gambler von? The Gambler von Kenny Rogers. Du musst nur das Intro hören, dann weißt du sofort Bescheid, kennt man den Song sofort. War damals auch in Deutschland ein Riesenhit. Aber wir dürfen, vielleicht dürfen wir es einfach mal, im Kontextual dürfen wir doch auch solche Sachen machen, glaub ich. Kannst ruhig singen jetzt, also ich glaub, das ist im Kontext erlaubt. You got to know when to hold them, know when to fold them. Ja, das ist ja Text, aber die Melodie, kannst du die Melodie? Das soll ich jetzt singen? Das darf man hier, oder was? Ja, meinetwegen. Nee, lieber nicht. Nee, lieber nicht. Oder? Obwohl, ich würde jetzt die Nummer vier, darf ich meine Nummer vier singen? Und dann, pass auf, pass auf, das ist geil. Meine Nummer vier ist Chad Atkins mit Jackety Eggs, ne? Und das ist die, das ist die Melodie aus dieser Benny Hill Show, ne? Aber das hat er als Gitarrist, er ist ja so ein Gitarrist, ne? Und dann, das ist ja, das ist das Original, also von Chad Atkins die Nummer, Jackety Eggs, das ist eine Country Nummer, ist auch ein Country, natürlich ein Country-Gitarrist. Und das wurde dann halt in der Benny Hill Show hier mit so einem Kazoo oder so nachgespielt. Aber das ist die Originalmelodie aus der Benny Hill Show. Deswegen, das ist meine Nummer vier jetzt. Ja, cool, ist doch gut. Kenn ich nicht. Okay. Du kennst doch die Nummer. Ja, natürlich, wenn die, wenn die, wenn die, ja die kenne ich natürlich, ja genau, genau. Entschuldigung. Entschuldigung, ich bin, meine Schuld. Bei mir ist, auf Nummer drei ist bei mir von Jerry Reed, Eastbound and Down. Das war der Soundtrack von dem Film Smokey and the Bandit, wie hieß der nochmal in Deutschland? Ein ausgekochtes Schlitzohr, genau, ein ausgekochtes Schlitzohr. War genau im Original Smokey and the Bandit und der Song wurde 1977 als Single rausgegeben, Eastbound and Down von Jerry Reed. Toller Song. Deine Nummer drei war das, ne? Genau. Ja, ich hab jetzt, meine Nummer drei ist, ist The Bellamy Brothers, Let Your Love Flow. Kennt jeder, ne? Ja, klar. Aber geile Nummer, machst das Radio doch gleich lauter, oder? Die Nummer ist doch, also, oder? Ist doch die, der stark. Ist auf jeden Fall, auf jeden Fall, auf jedem Volksfest zu Hause. Das ist geil, aber du musst das im richtigen Kontext hören. Du kannst das natürlich jetzt nicht zwischen Nena und Bob Marley hören, sondern du musst das irgendwie, wenn du eine geile Playlist machst mit Country oder so, da kann man es einstreuen. Es geht. Es tut nicht weh. Du hattest doch vorhin auch schon sowas, ne? Hattest du nicht vorhin auch schon Take Me Home West Virginia oder so? Nee, Take Me Home Country Roads, ja. To West Virginia. Das ist doch sowas, was diese Typen, die allein unterhalten, auf ihre Orgel spielen. Ja. Franz Lambert. Da merkt man auch gleich so aus welchem Milieu du kommst. Franz Lambert hat übrigens eine Nummer gemacht mit Arndt Zeigler. Franz Lambert. Franz Lambert war im Studio bei Arndt Zeigler und hat, das ist so geil, das war so, ich finde, ey, sag mal, ich weiß das noch, wie der im Stadion in der Halbzeitpause bei Länderspielen mit so einem Traktor und mit der Orgel auf der Tatanbahn, auf der Tatanbahn. Aua, Franz Lambert. Franz Lambert war jetzt bei Arndt Zeigler in der Sendung. Ich kann nicht mehr. Schöne Grüße an Arndt. Franz Lambert. An ihn auch, Franz Lambert auch gerne. Und der hat jetzt da nochmal in die Tasten gehauen, mit seiner riesen Orgel. Was macht eigentlich Ricky King? Kannst du den noch? Den, 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 den. Nee, das ist auch nicht. Du machte ja früher auch einen Superstar, ne? Ricky King. Ja, kleiner Ausflug wieder. So, deine Nummer zwei jetzt nochmal. In die Welt des musikalischen Wahnsinns. Okay. Ich hatte auf Platz zwei, habe ich dann auch mal, ich, ja, ich würde es ein bisschen langweilig, ich habe ja jetzt Johnny Cash Song aus dem Jahrhundert 1979, The Bull Rider. Ist so ein absoluter Klassiker von ihm. Und ist so eine ganz coole, unterkühlte Nummer. Also gefällt mir super gut. Plastus Nummer zwei, ist das deine Nummer zwei? Jo. Meine Nummer zwei ist auch Johnny Cash. Ja, hoch aus. Und zwar, ja, okay, alle haben es geahnt, hört. Also die, die, die Nummer von Rick Rubin produziert. Ja. Da kommen dir auch die Tränen oder die Gänsehaut, was auch immer. Also die Nummer fängt ja relativ so, also ist nur eigentlich nur, ist glaube ich nur Klavier und sonst nichts und seine Stimme. Und das wird ja immer intensiver. Also das heißt, der Song steigert sich bis, bis, bis es wirklich so eine Ekstase, so ein Moll, irgendwie ganz, ganz traurig. Und der ist ja, ich glaube, wann ist, ist er kurz danach gestorben? Ich weiß es nicht, aber. Weiß ich auch nicht. Die Nummer kennt jeder und die ist einfach genial und Gänsehaut. Kann ich nur zustimmen. Besser geht's fast nicht. Ich würde sowieso, ich würde sagen, das sind wir uns sicher einig, diese gesamte Plattenreihe, die dann eben Johnny Cash vor seinem Tod gemacht hat, diese American-Albenreihe, die unter anderem dann mit, oder ich glaube sogar vollständig mit Rick Rubin erschienen ist, das kann man sich komplett getrost antun. Das ist alles gut. Alles gut. Das ist alles gut, ja. Davor hat Johnny Cash auch einigen Müll verarbeitet, muss man auch sagen, aber davor war nicht alles gut. Er hat einfach auch viele lange Zeiten gehabt, wo er einfach nur Geld verdienen musste, glaube ich. Aber diese ganzen Sachen, sein ganzes Spätwerk, das war alles super, muss man schon sagen. Den Film kann ich auch sehr empfehlen, also den Spielfilm über ihn, der letzte. Ja. Der, ich weiß gar nicht, der wirklich, ich fand ihn gut. Von dem Walks the Line hieß der, glaube ich, ne? Ja, die DVD habe ich auch, mit Joaquin Phoenix in der Hauptrolle, ne? Ja, ja, genau, den Film, den Film ja gut, ich weiß nicht. Ja, hätte noch, ich finde, es hätte teilweise noch ein bisschen düsterer sein können oder so, aber ja, ja, ja. Dann habe ich, also okay, dann kommt meine Nummer eins. Ja, genau. Also jetzt kommt meine Nummer eins, und das ist jetzt natürlich auch keine Überraschung, ist I Won't Back Down von Johnny Cash auf American 3 erschienen. Ähm, und du kennst den Song, auch, ist ja eigentlich 1989 schon entstanden, von Jeff Lynn und Tom Petty, Tom Petty and the Heartbreakers. Ach, stimmt. Ne, ist ein Song von, also das heißt also, alle Beteiligten sind mittlerweile verstorben. Leider, also Tom Petty gestorben ist der Hammer, also. Ja, sind wir noch nicht so alt. Also Tom Petty auch große Liebe von mir und, ähm, ja, kann man auch nur allen Leuten ans Herz legen, das ist leider in Deutschland immer alles so ein bisschen, manchmal, ich weiß nicht, warum Tom Petty hier nie so, so groß war wie in Amerika, ähm, ich finde das großartig, was der gemacht hat und, äh, keine Ahnung, was hier, komm, manchmal sind hier so die falschen Sachen irgendwie, die hier so aus Amerika ankommen. Ich weiß nicht, ja, genau, so. Ja. Wir haben Nummer eins. Oh Gott, das darf ich gar nicht, äh, meine Nummer eins ist, ähm, jetzt kriege ich aber richtig Ärger. Was hast du denn wieder gemacht, Junge? Junge, jetzt hörst du dir auf, komm erst mal rein, Junge, jetzt nicht hin, was ist denn los? Ich muss jetzt schon weinen. Was ist los? Ich hol schon mal aus. Ich hab, ich hab eine tolle Band, äh, die ist gar nicht bekannt für Country, sondern für so weirden Kram, äh, so weirde Sachen, äh, Wien, Wien, und zwar Buenos Tados Amigo, Buenos Tados Amigo, ähm, eine, eine, also eine, eigentlich ist es eine, eigentlich ist es Country-Mexican-Cunt-Mex, weiß ich, wie heißt das, ähm, das ist mexikanisch eher angehaucht, aber es ist schon Country-esque und, ähm, ich kannte den Text irgendwie mitsingen, also das war von meiner Absicht, also das ist übrigens auch meine absolute Lieblingsplatte ever, also ich glaub, die ist so in den Top 3 meiner Bestplatten, die besten Platten, die ich je gehört hab, oder das Wien, äh, Chocolate and Cheese heißt das Album, äh, und der Song Buenos Tados Amigo, ähm, es geht um den Tod eines, eines, eines Bruders, äh, eines, äh, ja, eines jungen Mannes und, ähm, ähm, naja, äh, und so, Rache-Song und, äh, ich weiß noch genau, wie du, ich weiß noch genau, wie du mir Wien zum ersten Mal vorgestellt hast, hast du mir nämlich, das war, ich weiß, das war sozusagen eh so ein bisschen wie, wie bei den Katholiken, die Monstranz, also das Allerheiligste, wo die, wo die, äh, hier drin ist, so hast du mir die, die CDs von Wien damals vorgestellt, also, ne, das weiß noch genau, aber das muss, ja. Das war dir ein persönliches Anliegen. Es kommt noch so, also, ähm, ja, das ist von 94, die Platte und es kommt immer darauf an, welche, welche Drogen man nimmt, wenn du natürlich keine Drogen nimmst oder die falschen oder andere, dann erschließt sich das ja auch nicht. Ich hab noch eine andere Platte, die, 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 die kein Mensch, wo kein Mensch versteht, warum ich das gut finde, ne, warum, warum finde ich das, ähm. Nee, ich fand das auch interessant, ich wusste, aber es war so, ich merkte so, das war damals so was, äh, sonst warst du ja immer oft ein lockerer, entspannter Typ, aber da war es so ein bisschen, das hatte, hatte einen religiösen Charakter eher. Ja, das, ja, ja, also, meine, meine, meine Lieblingsplatte ist, 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 ich sag nicht welche, aber das ist die von den Boo Radleys, ähm, ähm, das ist sozusagen, die, die kommt, ich weiß gar nicht, wenn ich mich entscheiden müsste, die Giant Steps von 93, versteht das, wenn du die, die anhörst, dann verstehst du überhaupt nichts mehr, aber, ähm, das, äh, naja, kommen wir später dazu. Ähm, ja, dann haben wir ja, haben wir ja eine schöne, schöne Country-Auswahl gemacht, ähm, ich, ich, dafür, dass ich kein Country-Fan bin, so richtig, fand ich, fand ich das ganz gut, hat, äh, hat, äh, Spaß gemacht. The best of the best, all the best exits under the night. Thank you and good night. Mensch, Edgar, du weißt ja, gleich kommt unser Kalle, der hat immer so Probleme mit so einer Größe, ne, also, halte dich mal zurück mit deinen blöden Witzen, ne? Ja, klar, ich halte mich kurz. Moin, Herr, moin, Eckert. Na, macht ihr wieder euren Podcast? Wom geht's denn heute? Mensch, Kalle, riesen Überraschung, komm rein. Ja, danke. So, stoß dich bitte nicht an der Teppichkante, ne? Ja, wir haben ja alle mal klein angefangen, ne? Sag mal, spielst du eigentlich Fußball? Du bist ja immer auf Ballhöhe, oder? Na, der war ja gut, den kannte ich noch gar nicht. Und machst du eigentlich beim Schwimmen Mikrowellen? Tja. Und hast du deine Frau eigentlich über ne Kleinanzeige kennengelernt? Riesenwitz. Wieso sagst du gar nix? Willst du schon wieder los? Ja, ich muss beim Kleinen auch mal los. Soll ich dir mal ne Märklin-Eisenbahn raussuchen? Ne, danke, lass mal, ich reite auf meiner Maus nach Hause. Äh, tut mir leid, dass die Türklinke so weit oben ist. Warte, ich hol dir schnell ne Playmobil-Leiter. Das ist ja nett und auch witzig. Das war ja ein Riesenauftritt. So, da sind wir wieder. Ja. Unsere Top Ten. Ja, wie schön, können wir öfter machen, fand ich ganz gut. Ja. Ich frage, ob wir Songs auf die Playlist packen, irgendwie. Weiß ich auch nicht. Ich habe jetzt überlegt, dass wir vielleicht auf jeden Fall, was wir auf jeden Fall beibehalten sollten, ist, dass wir jetzt in jeder Folge eine Tatort-Folge vorstellen. Weil ich habe gemerkt, dass das doch auf keinen Fall, ohne mich, da bin ich raus. Und zwar nicht irgendeine, wir werden jetzt komplett... Ich gucke das aber nicht, mich interessiert das auch nicht. Wir werden jetzt komplett alle Fälle von Axel Prall und Jan-Josef Liefers vorstellen. Boah, dann kannst du doch den Podcast alleine machen. Alter. Ne, ne, lass mal, ich bin wirklich ein Teutort-Fan. Ich weiß gar nicht, ich kann das, ich kann diese dilettantische schauspielerische Leistung irgendwie nicht jetzt sagen. Also es ist vielleicht sehr besser geworden, aber ich bin echt geprägt irgendwie. Aber du guckst das doch auch nicht eigentlich. Ne, überhaupt nicht. Lieste. Ja, wie sollen wir denn darüber reden? Einfach so, damit du dich ärgerst. Ja. Ja. Ja, ich glaube nicht. Müssen wir mal gucken. Gut. Ja, du hast noch einen auf der Tasche, ne, habe ich gehört. Achso. Ja, weil jetzt wieder die schöne Spargelzeit anfängt, habe ich mir, anfällt, hier genau, habe ich mal Witz erzählt, habe ich mal Witz zu erzählen. Und zwar fragt der Patient in der Leprastation den Koch, was gibt's denn heute? Antwortet der Koch, na, mal gucken, was heute so abfällt. So, das war der eine. Dann habe ich noch einen Merksatz zum Eierkochen und zwar, egal wie toll du Eier kochst, Comeni kocht Eier toller. Ach, du Scheiße. Alter, der ist ja ganz alt. Comeni. Der Eier toller Comeni. Genau, Comeni. Ja, nicht erklären. Achso. Nicht erklären. Ne, die leiden noch gerade, im Iran gibt's doch das Handelsembargo und die leiden noch gerade. Die Eier toll hast du da? Ich weiß gar nicht, ach, die Mullahs, ich hab da. Ja, wie schön. Da haben wir doch irgendwie, aber das Thema Spargel hat sich halt bis auf die Country-Top-Ten irgendwie relativ stringent durch die Sendung gezogen. Ich weiß gar nicht, ob die in Amerika Spargel essen. Keine Ahnung. Zerreißt du jetzt dein Manuskript? Ja. Achso, das ist aber ganz schön, ja. Warst du früh? Ne, ne, mach mal ruhig, ist vorbei die Sendung. Ich schalte auch einfach aus hier gleich. Ich bin auch froh, dass es vorbei ist. Hat man mal ein Gitarrenspiel eigentlich mal gehört? Ich spiele die ganze Zeit an der Gitarre und man hört es immer. Ja. Ich möchte das auch mal, das vielleicht. Ich hab jetzt gerade, ich hab gerade einen Gitarrenkurs im Internet entdeckt. Fand ich sehr, sehr spannend. Was es da alles gibt irgendwie und dass man ja heute die Armen geht, die Armen geht. Ja, ich muss es kurz erwähnen, ja. Kannst du lieber da schlagen. Ne, 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 find ich interessant. Ich wusste gar nicht, dass man sozusagen überhaupt keine Lehrer mehr braucht. Kannst du auch mal, vielleicht ist das auch mal schön. So zum Entspannen für dich, so mal ein Instrument lernen oder so. Dann kannst du schön deine Lieblings, hier, Dave Dudley, Günther Gargoyle-Songs nachspielen. Ich poliere schon mal die Triangel und dann mache ich das vielleicht mal gucken. Ja, oder wir machen einen schönen Spieleabend. Das macht dir da auch immer so viel Freude. Spieleabend, ja, machen wir. Was, muss ich würfeln? Wieso? Ah, ne, kannst du das machen? Oh, ne, ich hab, ach, ne, mach du mal. Ne, was, 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 Vieh? Ach du, ja, ich bin gelb, ja, von mir aus, ne? Ich bin, ich bin, ich bin als Kind die Treppe runtergefallen. Ich kann mir so komplizierte Sachen nicht mehr. Ne, also, ja gut, dann lassen wir das mal lieber. Ne, ich mach gern Musik, also ich spiel gern mal. Ja. Auf Flotten Blues oder so. Und schon einen schönen Frühstücks-Jazz oder so. Ich könnte mir mal einen Verstärker kaufen, dann können wir ein paar Metal-Riffs. Können wir mal hier einen kleinen Gitarrenkurs machen. Ich hab auch immer einen Verstärker. Ich hab echt keinen mehr. Scheiße. Ja, aber wie spielst du, du musst auch irgendwie auch sagen, ach so. Ja, ich spiel, ich spiel Akustik. Ja, geht auch. Oder Kopf hoch. Also, das kann ich nur, ja, ich, also, du kannst wirklich, da muss ich sagen, das kannst du ja super. Auch so, ich weiß noch, Sita kannst du auch gut und, äh. Oh, jetzt geht das wieder los, ja. Ich hatte einmal eine Sita, ja. Fand ich gut. Ich werde mal eine LSD fassen. Das hat Spaß gemacht. Ach, hast du das LSD in der Sita versteckt? Das Problem war, es gibt keine Linkshänder-Sita, sondern Rechtshänder und ich musste dann irgendwie umlernen und das war nicht so einfach. Ja, lang ist der. War noch spiritueller unterwegs. Also wünschen wir allen Hörern einen schönen Mai-Feiertag. Eine schöne Spargelzeit. Eine angenehme Spargelzeit, genau. Ganz egal, ob das jetzt mit Hollandaise oder mit, von mir aus könnt ihr den Kram auch mit Ketchup essen. Ja, so wie du deinen knippt, ne? Ja. Western-Soße von Onkel Benz, habe ich gesagt. Ja, stimmt auch nicht. Aber gut. Ja, irgendwie kriegt der Zeug schon runter. Tschüss. Tschüss.